2. Rundfunk Kommt auf jeden Fall nicht mit Ist jetzt wie im Krieg Monarch, das ist Fokstruck 1 Wir sind auf den Senderen. Wir sind auf den Senderen. Wir sind auf den Senderen. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Fokstruck 1, das ist Monarch. Run to the next position. Avoid contact at all costs. Ich glaube, ich muss mich von den fern halten. Wir sind auf die Insel. Da bist du wieder. Ist hergeflogen heute. Nein! Das ist nicht gut. Wem sag ich es nur? Lauf direkt da rein. Und dann schießt. Das ist ca. Aber hier sind wir auch noch. Wenn wir es noch nicht tun. Was soll ich da machen? Kann doch da nicht ausreichen. Was soll ich da machen? Jetzt bin ich komplett im Kriegsgebiet. Irgendwie das Gefühl zum Schluss vom Spiel. Kommen wir wieder zu uns oder sowas und sind irgendwo in der Klappse. Wir bilden uns das doch alles nur ein oder was? Ich kann nichts machen. Jesus. Und jetzt? Ich kann nichts. Ich kann nichts. Ja, Bullett, Bullett, da sind wir jetzt schon wieder. Dinge würden sich anders sein, wenn du... All das würde ich nie fliehen. Ich würde nie fliehen. Also, es hätte sich anders da entwickelt und das alles nicht passiert wäre. Ich bin okay. Ja. Ich bin okay. Ein guter Mann. Ein guter Mann. Ein guter Mann. Nein. Bullett, bleib hier. Am besten Beifuß. Bist du also mit mir. Bist du Answer. Bist du. Bist du, was DU? Bist du jetzt? Bist du in deinem Reise. Bist du? Bist du Lady. Bist du? Bist du in deinem Reise. Bist du. Bist du, was das Doros? Bist du für dich? Bist du. Ich würde dir nicht mehr. Bist du gemacht. Ja, ich würde dich zu. Ach, da geht's nach unten. Hä? Hey. Bleib hier. Heel! Fuck. Yeah, we need to find another way. So, Mill. Okay. Ah. Sägemühle. Gut. Oder? Sollen wir mit. Sägemühle. Das Segewerk. Schau, wir werden uns nicht überraschen können. Nein! Geh mal auf die andere Seite. Geh mal zu Camp A. Untertitelung im Auftrag des Zellis. Zellis, über. Kann jemand hear me? Hallo? Anybody there? Hier? Eine andere? Kann man gar nicht erkennen, was da draufsteckt. Egal. War es denn wichtig? Ich könnte schwören, wir kommen da gar nicht zum Camp, sondern kommen wieder von der anderen Seite raus. Also wieder zurück. An der T-Kreuzung. Ah ne. Ja, was gibt es jetzt schon wieder? Sprachnachricht gut. Und wieder Schuldgefühle. Und wieder Schuldgefühle. Ah ja, klar. Ach, da waren wir doch. Die war doch... Die war doch kaputt gewesen. Oder war das überhaupt da? Das war doch am Fluss irgendwo. Was du nicht sagst, gut. Okay, Tappy Eastqueak. Sieh! Anfänger! Triebwagen. Modell TF21-53C. Hergestellt von den Kuttbert Eisenbahn Werkstätten. Richtungshebel. Hauptschalter. Vorwärts-rückwärts. Bremshebel. Super. Ohne dass ich das Bild sehe... Ist es jetzt... Ja, egal. Versuchen wir es einfach so. So. Ähm, Start. Was? Was ist denn jetzt los? Hä? Oh je, der war schon an. Wo vorwärts, rückwärts. Mehr gibt es doch da gar nicht. Ja, doch noch nicht. Ja, und jetzt? Habe ich da jetzt übersehen. Ah, er zieht uns wenigstens. Power switch. Richtungs, äh, lever. Lever. Bauerwärts. Bauerwärts. Backward. Bauerwärts, rückwärts. Ah. Break lever. Bauer. Also irgendwo die... Bleiben es auch da ist, ja. Bist du gut? Ja. Willkommen in Saw Hill Camp, oder? Also den Weg hätten wir auch zu Fuß nehmen können. Ich wusste nicht, dass es eine Lockheing-Operation gibt. Ich habe keine Vermitteln in den 60er Jahren verabschiedet. Das ist ähnliche. Es kann sein, dass es auch die Marken und auch die Fotos sind Beides einfach nur die Namen von den Entwicklern Ist also nichts Wichtiges Ah, da ist noch ein Foto Arkadius, hatten wir denn nicht schon? Ok, wahrscheinlich kriege ich damit die Tür auf Ok, hier geht's Es ist ziemlich grundsätzlich Erstens, muss man ihn innen wie das Ok, dann jetzt wird der Donke starten Ok, also pay attention zu den Druck We need to keep the needle in the green zone by turning this valve, right here. Now, once you've done, put the fire out, and you close the pipes. Okay. I'll give you some notes here, in case you run into any trouble, okay? Oh, there must be the door now open. Yeah. So, GUI 3, GUI 3. Wir haben gerade eine neue Lieferung erhalten. Komm zum Wartungsschuppen und hol die Teile ab, die du haben wolltest, Robert. Dampfbetriebenes Hills Aggregat, Teppi Eastquick Holz Unternehmen, Black Hills Forest, Frederick County, Maryland. Dampffife, Sicherheitsventil, Druckmesser, Druckregelventil. Oh ja, Kammer. Okay, das haben wir ja alles gesehen, gerade eben. Gut. Ich rede das jetzt schon. Wir haben es doch angemacht. Warte, lassen wir nochmal die Kamera... Äh… So. Ähm, wie war das jetzt noch mal? Wo ist denn die Anzeige? Oh, da fehlt eine Anzeige. Okay, das müssen wir ja mitzutauschen. Komm schon, Junge. Es ist eine Valle, aber die Hand ist missbraucht. Ähm, war da drin irgendwas gewesen? Wahrscheinlich weiß er zu. Hm, dann gehen wir, denke ich, noch mal in die Hand. Dann gehen wir in die Hütte. Wartungsschuppen. So, wir sind hier. Wo ist der Wartungsschuppen? Da wo der Pfeil wahrscheinlich ist. Ähm. So, das ist da, wo die Schienen. Da haben wir gestoppt. Die Schienen gehen irgendwie links weiter. Ich glaube, da ist die Wartungsschuppen. Ne, da müsste es hingehen. Nach links. Heal! Let's stick to the light, buddy. Should be safer this way. Let's hope it's still standing. Here. Das ist ein dummer Witz. Nicht mit mir. Gell, die käme auch schon. Langsam langweilig. Oh, noch so ein Ding. Sorry. Sorry. Okay. 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 Schön. Robert bestellt noch mehr Ventile. Lager B hat das letzte für ihr Hilfsaggregat verwendet. Und Stan. Ja. Es sieht aus, dass wir nicht durch hier kommen. Es sieht aus, dass wir nicht durch hier kommen. So, Hund. Such. Ja, wo bist du? Okay, such. Komm, geh hier rein. Nichts, oder? Ah, jetzt genau. Such. Bullitt, such! Ach, da ist schon mal die Ventilanzeige oder der Druckmesser. Der Junge. Mal sehen, ob du etwas findest, Junge. Hast du fein gemacht. Ip. Musst du wieder her? Du hast gleich Schläge, Junge. Äh, komm her. Pull it! Seek! Hä? Du hast mir jetzt gebracht näher dann nicht. Ein runter, ein weiter. Ja, sehr schön. Ich brauche glaube ich nur zwei Teile, einmal hier. Nichts da, oder? Druckmessgerät und... Und so ein Drehgriff, oder sowas. Das ist egal. Sergius, äh, was? So, da könnte noch was sein. Moment, da stand was, Lager B. Da müsste man... Camp B, da müsste ich noch weiter. Und dort ist wahrscheinlich... das fehlende Stück. Stand ja glaube ich auf dem Zettel. Wo ist denn der jetzt? Habe ich den aufgehoben? Wir stellen noch mehr Ventile. Lager B hat das letzte für mir. Allzu weiter. Ach, bitte nicht wieder so ein Baum-Typ-Monster-Geister-Scheiß-Dreck-Ding. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Dez! Immer noch nicht. Doch. So. Hier los. Hä? Speist da jemand irgendwas? Komm her! Fuse. Go figure. Klar. It won't work. The fuse is missing. Worst case scenario? We go in blind. Ja, wir sind ja schon gewöhnt hier an die Dunkelheit. Psychologisches Gutachten. Unlesbar. Das ist ja unlesbar. Achso, das ist da oben. Hintergründige Zusammenfassung und Grund für die Zuweisung. Der Patient wurde von seinen Eltern aufgrund von extremen Panikattacken, Schlaflosigkeit und Schlafwandlerei als Folge eines traumatischen Erlebnisses zugewiesen. Ich empfehle drei therapeutische Sitzungen pro Woche. Während eines einleitenden Gesprächs konnte ich folgende Erkenntnisse erinnern. Der Patient verweigert aktiv jegliche Erinnerung an das Ereignis. Seit dem Trauma ist er von lebhaften Albträumen geplagt, offenbar eine Art verarbeitende Reaktion des Körpers. Er legt hinsichtlich des Ereignisses emotionaler Abgestumpftheit, irrationale Aggressivität sowie Verfremdung an den Tag. Er macht generell einen sehr nervösen Gesamteindruck, was möglicherweise auf eine bisher nicht genaue diagnostizierte Angst Neurose zurückzuführen ist. Moment, Patient wurde von seinen Eltern aufgrund von extremen Panikarteien schlagen. Tja, das sind auch wir. Das sind alles wir, alles was wir da in Nachrichten finden. Also was auch immer da passiert, aber es gibt wahrscheinlich keine Monster, keine Blair Witch Hexe oder sonst irgendwas. Also Blair Hexe so. Das spielt sich alles nur in unserem Kopf ab anscheinend. Ne, Moment, von da sind wir doch gekommen. Büller! Noch so eine Schnitzerei hier. Und zwar ist genau wie beim Baum, beim weißen Baum gab es ja auch die schwarzen Dinger, wo den weißen Baum quasi irgendwie als hätten sie den Baum festgehalten. Und jetzt bei der Figur sieht es auch so aus, als würde das schwarze, die schwarzen Leinen oder was das da sein soll, irgendwie die Luft zuschnüren. Wir stellen vielleicht den weißen Baum dar und das schwarze ist unser zweites Ich, unser böses Ich. Wir kämpfen also gegen unsere eigenen Dämonen. Entschuldigung! This one is barely holding up. See if it's anything to salvage. Ja, das brauchen wir. War's doch schon gewesen eigentlich. Müssen wir zurück, denke ich. So, den ganzen Weg wieder zurück. Ach, da ist ja noch was. Als ich die Kamera dieses alten Narren an mich nahm, war sie voll sinnloser Geplabber. Äh, geplabber. Sinnlosen Geplabber. Doch ich sah es. Ich erkannte ihr wahres Potenzial. Ihr wahres Potenzial. Mit ihr kann ich in die Dunkelheit blicken und die Monster sehen, ohne selbst gesehen zu werden. Mit ihr kann ich Dinge sehen, die meinen bloßen Augen entgehen. Und ich kann mit ihr auf Dinge zurückblicken, die ich bereits getan habe. Sie lässt nicht zu, dass ich meine Taten jemals vergesse. Ja, okay. Also die Kamera ist auch irgendwie symbolisch. Quasi die Aufzeichnung. Für uns. Dass wir die Taten, die wir gemacht haben. Also die Kamera sind quasi unsere Erinnerungen, sozusagen. Dass ich nicht vergesse. Okay, aber hier haben wir dann, glaube ich, alles. Ich glaube, wir bräuchten doch nur die zwei Sachen. Ich glaube, wir bräuchten. Ich glaube, wir bräuchten. Ich glaube, wir bräuchten. Bullets! Achso, die Sicherung. Aber das geht ja auch ohne. Ich glaube, das war jetzt nur... Das war ja nur für das Licht. Ja, gesagt. Werden wir im Dunkeln machen. So. 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 Geh auf, Junge, zurück auf der Straße. Jetzt, lass uns das nirgends. Ach, jetzt mach ich wieder für den Käse hier. Ja, wahrscheinlich brauchen wir den Wagen irgendwo. Und weiter geht's durch den dunklen Wald. Was entdeckt? Wenn du die Blair-Hexe siehst, sag Bescheid, gell? Okay, diesmal ist der Weg ein bisschen weiter, sag ich gerade. Ah, jetzt kommen wir zum Segelwerk.